Und hier haben wir Bücher. Book of Ra 6. Mal schauen, was er noch für uns hat hier. Die Dame. Ah, da ist er. Sehr schön. Zähl dazu. Sehr schön. Da waren es schon 30. Na, 40? 40, komm. 40, 40, 40. Ah, nicht ganz. Oh, das ist ja die Woche mal 6. Da sind sie. Geil. Geil. Da, wo sollen wir das noch hinführen hier? Der scheint ja mal übelst Bock zu haben. Na, ja wo dann nicht. Der Gypsy, was ist denn hier kaputt heute, Alter, ist ja der Wahnsinn, 50, da muss da aber ein volles mit Beisinn. Halt! vollbild rück dann die rose lumpi lumpi bücher vier noch mal zum schluss naja dann machen wir einen kassensturz mal gucken wir das gebracht hat 382 naja das hättest du mit zehn freispielen hingekriegt eh in vollbild hätten was ihr habt immer nur am meckern und hier in der runde lord of the ocean 6 ein Auer das noch vollkriegen dann wäre das echt cool fünnmal ist nicht ohne kleine steigerung aber ohne euch das was wir sehen wollen verlängerung anfang schon nicht schlecht nicht auch d auch Das macht doch mal Sechser, ey. Das macht doch mal Sechser, ey. Eins haben wir noch. Nochmal drei. Na ja, solange sich der Speicher füllt ist das alles in Ordnung. Und eine Runde Flamingo Roses 2 Uhr Einsatz. Oh, da kann man aus. Schwache Leistung. Das haben wir schon besser gesehen. Und wir schauen mal hier rein, ob es noch ein paar Klunker gibt. Hier aber um Einsatz. Ach, Jotach. Ne. Und zwei. Schöner Mika Büdel. Schwache Leistung. Und ein Wäldchen Magic Tree. Mal gucken, ob unser Baum hier noch wächst. Eine Fünf Freisperre. Mübel. Mist. Das ist Gold. Als Daymutter. Wer passe das? 4 action games Das war's. Aber ich habe es nicht aufgenommen. Oh, es drückt eine 7 rein. Macht er nicht, dann bleibt es dabei. Dann schauen wir mal noch hier rein. 10 Fallspieler. Die hätte ein bisschen früher kommen müssen. Oh, Nummer 10. Und noch 8 Action-Games. Vielleicht drückt er noch eine 7 raus. Und das waren sie. Und eine Runde Lucky Pin-Ups. 2 Euro Einsatz. Mal schauen, was das wird. Ja, Verlängerung. Achtzig. Und das? Genau. Ja, Verlängerung. Und jetzt geht's... Los komm, da knappt er hin und mal eine runde Dollar-Dogs Die passen alle nicht wirklich zusammen Dann gibt's hier mal eine Runde, 2€ Einsatz, 6 Fallspieler, los geht's Oh, den muss er wohl knallen Nummer 6, 7, oh jawoll, wie geil ist das denn? Hammermäßig, Alter, 563 auf dem letzten Drücker Und da jetzt noch Action Games Volle Packung, richtig geil 49, mega Ja, voilà Ja, Mann Mega geil Richtig krank 153 154 154 154 154 154 164 177 185 197 186 Richtig geile Böse. Ha ha ha. Wahnsinn. Du wälzt. So, wir werden das Leferi schmierd hier. so du hast es warten 1600 flotten mega und ihr meine runde 2 euro einsatz 5 freispiele mal gucken was er sagt melone schade siebde siebde siebde